Hallo, wir sind Petra und Nico von Freerad Inc. Austria. Wir machen für euch einen Trailchecks der spektakulärsten und schönsten Trails der Bike Transalp 2023. Dazu werden wir einige Etappenorte besuchen, unter anderem Nauders, Reschen, Bormio, dann natürlich von dort aus die Königsetappe unter die Lupe nehmen und eventuell geht es auch noch Richtung Ziel, denn auch dort warten absolute Trailschmankerl für euch. Wenn ihr wissen wollt, was auf euch zukommt, dann dürft ihr dieses Video auf keinen Fall auslassen. Wie ihr seht, sind wir mittendrin, weil wir auch schon verschwitzt sind. So soll es doch sein. Mittendrin statt nur dabei. Mit Freerad Inc. sieht man besser. Der erste Trail für die Transalp 2023 wird hier sein. Aber ob er so leer sein wird, ist die andere Frage. Also das ist auf jeden Fall eine coole Strecke hier rüber. Diese Stelle kennen sicherlich auch schon die meisten von euch. Das North Shore ist neu, ist also etwas leichter geworden und dann geht es ab durch die weltbekannten Panzersperren. Aber lasst euch gesagt sein, der zweite Teil der ersten Etappe ist noch komplettes Neuland für die Transalp. Und auch da werden wir euch ein paar Einblicke liefern. Tag 1, zweiter Anstieg. Wir sind jetzt in Schön-Eben und nehmen dort den Spin-Trail. Der feiert Transalp Premiere und führt uns quasi bis zum Rechensee hinunter. Wir stellen euch den Trail vor, zeigen euch die Schlüsselstellen, wo ihr so ein bisschen aufpassen müsst oder sollt. Ja, und wo es eben besonders schön ist. Und wo kommen wir dann ins Ziel, in Ziel-Ord. Im Grauen im Finchgau, da wo der versunkene Kirchturm steht. Im Grauen im Finchgau, da wo der Versuchung steht. Hier am Ziel nach 2209 Höhenmetern. Und diesmal können wir den berühmten Turm sogar von der anderen Seite anschauen. Grund sind Arbeiten am Rechensee. Verrückt. Also diesmal keine Folge des Klimawarmes. Auch wenn man das auf den ersten Blick eventuell meinen möchte. Eine echte Besonderheit, dass man den jetzt so umrunden kann. Das ging sonst wohl nur noch mit dem Ruderboden. Nun sind wir auf der Strecke von Livigno nach Bormio. Dort erwartet uns ein absolutes weiteres Trail-Highlight, das allerdings hart erkämpft werden muss. Denn es geht auf ordentlichen Betonrampen rauf und später sogar in einem Trail-Up-and-Down, wo man ganz schön ins Schnaufen kommt. Aber das vergisst man wirklich, wenn man diese Abfahrt genießen darf. Super florig, super einfach zu fahren. Also wer die Chance-Alp fährt, der wird es lieben. Yes, und wenn man noch ein bisschen Glück mit dem Wetter hat, dann gibt es auch geiles Panorama. Das seht ihr natürlich auch gleich. Schaut im Hintergrund, das ist der Trail. Und es ist wirklich flowig, erste Sahne. Und Natur-Trail. Ja, das ist das Allerbeste. Man hat ja am Anfang schon den gebauten Rollercoaster in Livigno. Und dann, nachdem man eben einiges an Höhenmetern erkämpft hat, geht es auf diesen geilen Natur-Trail runter bis nach Bormio. Bleibt dran, es wird super. Was machen wir jetzt gerade? Das ist die virtuelle Verpflegungsstation von der Transalp. Stimmt. Boah, wie viele Leute hier sind. Ey, krass. Entweder wir sind ganz vorne oder ganz hinten. Eins von beiden. Was gibt es bei dir? Dann davon träumen. Brotzeit so richtig mit Polnischer. Nebenbei ja auch ein bisschen interessant die Auffahrt. Rampowicz. Man hat echt Rampen und dann wieder für Schnaufpause Rampe. Aber das wirklich bei gutem Panorama. Also, selbst wenn man ein bisschen leidet, ist es irgendwie schon okay. Hier gibt es dann eine Abkühlung, extra für die Transalp installiert, der Bach. Mega Panorama im Hintergrund. Ja. Wow. Wow. Woohoo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Von Bormio geht es weiter auf den Gavia Pass, das sind einige Höhenmeter zum Strampeln, doch dann wird man belohnt mit einem genialen Trail und dem genialen See, weil es geht direkt an dem See vorbei. Wow, und den Trail zeigen wir euch als nächstes. Zwischenfazit nach dem ersten Abschnitt. Bleibt wachsam, erster Teil ist sehr technisch. Ja, so oben sind halt viele lose Steine. Ich würde empfehlen, vielleicht beim letzten Stück vom Abhill, da ist ja ein bisschen flacher, bevor man zur Passruhe kommt, noch irgendwie ein Riegelchen oder ein Gel reinzuziehen, weil wenn hier die Konzentration fehlt, dann ist der Abgang, glaube ich, nicht weit. Ansonsten super schön, mega Ausblicke und für uns ist der Trail. Genau richtig. Genau. Ein kleiner Blick von oben lässt den Trail etwas einfacher wirken, aber ihr seht schon, wie langsam wir unterwegs sind und dennoch ist es einfach nur wunderschön. Also ich finde es hier schon sehr, sehr schön, aber nach wie vor einige rückige Steine, also die Konzentration muss ich abnehmen. Super. Ja. Unverblümtes Fazit direkt am Trail Ausgang. Was sagst du? Ja, also technisch und fahrbar, ein paar Schiebepassagen, schöne Aussicht, fahrt es. Ich finde es mega, ich finde es wirklich mega. Ich finde es auch cool bei einer Transalp, aber wirklich macht da keine Stunts ankommendes das Ziel und wenn man mal ein, zwei Sachen schiebt oder auch drei, vier, dann ist es halt so. Aber ansonsten wirklich, wirklich traumhaft die Gegend. Für uns auch ein schöner Weg, also wir grinsen beide, hat Spaß gemacht, aber ist definitiv auf der schweren Seite für eine Transalp Trail. Also lieber einmal genauer schauen und nicht einfach Augen zu und durch, weil das wird da nicht funktionieren. Nach dem ziemlich herausfordernden Trail vom Gavia Pass runter geht es hier rauf mit genialer Aussicht bereits zum nächsten Trail, den wir euch jetzt auch gleich zeigen werden. Voll geil. Also ist echt der Hammer. Landschaftlich super schön. Wiederholungstäter der Bike Transalp könnten dieses Ort Schastl und die Auffahrt eventuell schon erkennen. Diese Auffahrt ist Teil der Königs Etappe und ja, ich denke mal, das wird sich ordentlich reinhängen. Ist aber alles fahrbar. Nur für uns ist da definitiv so. Ja, Anstrengung angesagt. Ja. Und man schwitzt. Hier ist jetzt der Scheitelpunkt. Diesmal geht es von unten kommend nach rechts weg und nicht weiter zu der Hütte. Abzweigung nicht verpassen, sonst wird es eine lange Runde. Ganz genau. Wir sind jetzt am zweiten Trail der Königs Etappe und der ist ein wenig floriger, würde ich sagen, oder? Ja, bisher super florig. Echt einfach nur schön zu fahren. Schaut selber. Bop. Bop. … Bop. hier schlängelt sich der trail entlang durch die ruine und dabei hat man den blick auf diese gletscher die gehören zur adamello und presanello gruppe jetzt macht's auf extra für euch da ist das war unser transalp trail check für euch diese wege und noch viel mehr weitere highlights erwarten euch bei der heutigen bike transalp 2023 die 25 jubiläums edition und damit noch mal etwas ganz ganz besonderes trailreicher denn je ich würde fast sagen schöner denn je und jetzt hoffen wir noch auf gutes wetter und hoffen den ein oder anderen von euch dort wieder zu treffen die woche kann kommen und sie wird der hammer weil es wird schönes wetter schönes wetter und kein regen und mega